Heute in unserem Box-Routine-Video eine weitere Alternative von Rope Climbs. Einerseits für Leute, die ihren Pullen verstärken wollen, oder auch für die, die sich nicht trauen, in einer Crossfit Box Bizeps Curls zu machen. Damit da bei den Armen noch etwas passiert. Seil, ein bisschen Magnesium und dann legen wir los. Schaut darauf, dass wenn ihr zieht, dass ihr mit den Händen immer nur so knapp wie möglich übergreift, die Arme komplett strecken und oben wieder knapp übergreifen. Generell schaut darauf, dass ihr während der ganzen Übung gute Körperspannung habt, sehr gespannt, weise gespannt, dass ihr nicht am Seil hängt wie ein nasser Sack.